Das habe ich gar nicht mitbekommen, dass du ein Buch geschrieben hast. Ja, das heißt, finde dir selber und gib mir Geld. Okay, das sind dann alle Sprüche gesammelt? Die sind noch viel besser, meine Sprüche sind viel besser als die. Okay, die kostet ja auch viel mehr. Ich habe gesagt, dass ein Exemplar 5 Millionen Dollar kostet. Oh. Ja, verkauft sich nicht gut, aber wenn... Moment, du hast Musik rausgesucht. Und ich muss dir sagen, obwohl du ja einen lausigen Musikgeschmack hast, Geschmack, Geschmuck, der gefällt mir total gut. Heißt? Heißt, ich habe nämlich guten Musikgeschmack. Nein, der Titel heißt... Roger Avedt heißt der Interpretist. Und der Song heißt Lucky Day. Yes, that's true. Vielen Dank nochmal an euch, Lieben, fürs Zuhören, Gucken. Also das war jetzt echt eine schwierige Sendung, das muss man schon mal zugeben. Ja, muss man sagen. Aber wir müssen experimentieren. Ja, das ist ein Experiment. Und ihr seid Teil dieses Experimentes. Ja, und ihr müsst auch... So, wie ihr eben bemerkt habt. Ja. Und Zukunft müssen laufen auch. So, das ist eine doppelte Strafe. Aber das musste jetzt leider sein, weil wir einfach ein bisschen üben müssen, wie weit wir mit dem... Universum. Genau, eins sind. Ja. Und das war jetzt irgendwie so die wichtige Botschaft dieser Sendung. Ja, ich fühle mich irgendwie auch innerlich, Jan, total befreit. Echt, das sieht auch irgendwie so... Anmutig aus. Genau, anmutig. Kommt ihr gut durch den Tag. Und kommt auch gut durch die kommende Nacht. Und ihr wisst, wir denken an euch, das ist, ich denke, wie gesagt, das stimmt so. Und wir hoffen, dass wir uns morgen früh wieder hören. Jetzt, ganz ohne Scheiß, sagt es jetzt euer Herr Wunderlich. Weil morgen sind wir wieder normal, versprochen. Also macht's gut, bis morgen. Und ciao. Ciao. Mach. Ich muss die Automusik suchen. Aber du kannst schon mal winken. Es ist schon heftig schwieriger mit Video, gell? Mhm. Man fühlt sich da irgendwie so beobachtet. Die schauen uns zu, während wir scheiße reden. Schwierig. Mhm. Und wie machen wir denn jetzt Schluss? Mhm. Die gucken mir immer noch zu. Mhm. Ich versuche, irgendwie anmutig zu sein. Brauch ein Team. Mach ich doch eh ganz. Mhm. Ich ziehe den Kopfhörer aus. Dann schleiche ich ihn nicht raus, okay? Und du kommst danach, ich halte die Kamera zu. Okay. Jetzt kannst du kommen. Oh Gott, der Dank. Ich kann nicht wieder richtig atmen. Die wüssten, wie fett wir sind. Mhm. Ich weiß nicht. 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 Vielen Dank.